Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Goblin Stone. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich weiß, dass ihr jetzt viel Spaß mit dem Video. Oh, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Goblin Stone. Ja, beim letzten Mal wurde der Org-Freund entführt, also unser alter Org. Wir müssen den retten, wir müssen aber auch dringend mal Holz sammeln und Fibers, weil wir können hier sonst überhaupt nichts bauen in unserer Basis. Und bevor ich jetzt in den War Room gehe, mir fällt ein, dass ich meine Truppen noch nicht alle ausgestattet habe. Die bräuchten was nämlich für unseren zweiten Mage, der hier schon bereit steht. So, sind alle equipped, die equipped werden können? Ich würde mal sagen, es sind alle equipped. So, hier noch Favio müssen wir, um den zu retten. Das doof ist, wir werden dort kein Holz finden. Weil Holz ist das, was ich gerade am meisten brauche. Okay. Unser Trupp ist jedenfalls bereit. Der einzige, der keine Waffe hat, ist Sox-Center, aber dem kann ich auch nichts ausrüsten. Weil da keine Gilde angehört. Uh, zwei Sachen. Rescue the Org. Also hier sehen wir, dass ich muss halt alles einmal upgraden. Und ja, für alle upgrades brauche ich halt leider Gottes Holz. Was ich nicht habe. Okay, wo gehen wir lang? Warte, ich will die Map nochmal sehen. Unten ist der Guru. Das wäre auf jeden Fall praktischer als das Camp. Ich hoffe, ich kann von hier aus sehen, was dort auf mich lauert. Weil hier von der Kiste aus gehe ich auf jeden Fall nach unten. Oh. Das ist ein besser Stein, als ich schon nutze. Oder? Nee. Schade. Okay, hier wollte ich nach unten. Weil der Guru ist besser. Hilfe Baum. Okay. Auf jeden Fall den Heel verbessern. Das auf jeden Fall auch einmal verbessern. Das würde sich auch irgendwo lohnen. Besser mir noch Wecky. Okay. Was sagt denn die Karte? Oben erwartet mich der Guru. Ich würde sagen, wir gehen unten lang. Komm her. Ich interzepte dich. Ich zeige dir den Finger. Der wird eh interceptet. Ich mach mal auf den Steinchen. Fiesling. Wart mal, heilt das alle? Ja, das halt alle. Der Heeligen-Schand ist ja richtig gut. Soul-Gale. Ritten mit euch. Blute. Er soll bluten. Hab ich nur ein bisschen lauter eben kurz gemacht. Bikwacke. Sorry, war nochmal in den OBS-Einstellungen. Jedes Mal, wenn ich raustappe, ist das Spiel halt stumm. Entschuldigung. Ja, darauf habe ich gewartet. Stein. Warte, ich mach langsam. Langsam. exterminieren kann ich kein zwei griffen ja exterminate hat er hier ist ultra gut der stand den hatten wir uns beim letzten mal gegönnt es so gut finger ich dir zeigen ich bäsche lieber es hat sich so gelohnt in den zu investieren beim letzten mal ich kratze in deiner wunde rum oh gut dass der interzeptet wurde so mal gucken wie alle schneller wird das hat mir uns auch beim letzten mal gegönnt tschüss die sterben anblutung spätestens zogel ach schön lecker geld so jetzt kann ich noch mal gucken ja unten lohnt sich mehr würde ich sagen da können wir uns zwar aufbessern aber wir können ja hier auch unsere ausrüstung verbessern so das gleicht sich aus und hier haben wir was geheimnisvolles das interessiert mich ist das ein priester okay cleric blessing und ab they are meg bei a coolen cooles tendernis klayg his hunting scorched face wearing an uncertain white smile aus fortune meldet smiles at me esteemed goblin emissary of evil approach my friends see proclaims I'm hamlet a feeling cleric now devoted to the forces of darkness ein bau bevor you how may i be of service 10 max leben mehr plus zwei power oder leben er gibt uns blessing ich würde sagen für bessere unsere kraft konnte ich das überhaupt verkacken ja wenn ich noch mal das vierer dinge erwischt hatte die goblins art for the strength to defeat the force hammer places is knallered hands upon the heads sending a shiver down the spine receive this blessing of power in the nice chaos upon this doom good wenn du dich der finsternis verschreibst du dich eventuell entsprechend anziehen damit deine kameraden noch bescheid wissen dass du für sie bist hallöche mein freund mal den stuhl besser als ob du ihn sind reingeschissen hast geld okay wieder drei abenteurer stein stein der macht und danach war mal langsam machen praktischer kann es ja immer noch haben noch mal arm ab ja auf waki habe ich gehofft ihn würde ich killen ihn würde ich killen exzeptionals skill finger ich dir zeigen auch ja ich kann meine leute schnell machen ich hatte meine wunderung okay um den brauche ich mich nicht mehr sorgen der stirbt auch so der blutung gestorben wacke wacke ok der ist tot ich habe den empfänger So, ich hoffe mal, dass wir jetzt unseren Org-Freund helfen können. Schaut, da vorne, da ist er. Genau da. Zum Harvesten war irgendwie nix da. Aber Junge haben die Geld gemacht. Dafür brauch ich noch Stein und Erze. Ist mal abgegradet. Dafür kriege ich auch Geld. Jetzt können da viel mehr Leute sich zusammensammeln. Der hat Brood drauf. Die sind beide flabby. Ja, ich nehm einfach mal. So, das können wir komplett verkaufen. Das ist ja eh nur zum Verkaufen da. Holz hast du gerade keins, ne? Was brauch ich denn, um das nochmal abzuquälen? Ach, die regenerieren dann auch schneller, wenn das abgequältet ist. Ja gut, mein Hauptziel liegt aber momentan darin, die beiden Gals zu kriegen, ne? Ich mach ihn, glaub ich, zu einem Magier. Oh, da braucht man fünf Punkte in Spirit. Er hat fünf Punkte in Spirit. Sonst noch, wer der fähig wäre. Er ist auch in der Lage, zum Schamanen zu werden. Die Schamanen sind ja ultra praktisch. Auch ihn kann ich zum Schamanen machen. So, und er kann ein Schamane werden. Kann ihn ja schon mal ausstatten, den nächsten. Fade Yorna kriegt den. Und Fade Yorna kommt dann auch ins Team. Solange. Weil er stirbt ja sonst. Okay, nach wie vor. Wir brauchen immer noch Holz, ne? Wie sieht denn die Karte jetzt aus? Jetzt hab ich Basten Ficket als nächstes. Da gibt's wieder alles zu holen. Na gut, wissen wir, wo wir beim nächsten Mal hingehen. Die Betonung liegt auf nächstes Mal. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Bin ja, kennt ja den Drill. Ein Abo und ein Like da lassen. Und ich würd sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao Leute, bis dann. Und dann, wenn du mal wieder aufhören. 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 Und dann, wenn du mal wieder aufhören.